Da haben nun schon einige Aktien wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht und auch die Indizes mitgezogen. Aber im Moment wird weltweit die Aktienluft anscheinend etwas dünner. Und die Frage ist berechtigt, kommt nun doch noch die zweite Verkaufswelle. Ich spreche darüber mit Dirk Hess von der City Group, der mir von seinem Homeoffice aus zugeschaltet ist. Herr Hess, wir haben eine Reihe von Konjunktur- und Unternehmensnachrichten, die immer noch das Prädikat gruselig erfüllen, aber in den letzten Handelstagen mehrheitlich an den Aktienmärkten ignoriert worden. Aber jetzt scheint sich die Stimmung so ein bisschen zu drehen. Ist das eher die Angst vor der eigenen Lockerungskourage oder sind einfach die Bewertungen inzwischen wieder so hoch, dass die Investoren sagen, ist jetzt zu viel? Das ist ganz schwer zu sagen, es ist schon wahr, wir haben vom Prinzip her vom Jahresanfang nur 20 Prozent abgegeben. Und es gibt einige Stimmen, die sagen, dass die Auswirkungen des Lockdowns und die künftige Erwartung der einzelnen Unternehmen in Bezug auf, haben wir eine Rezession, bekommen wir eine Rezession, werden diese Unternehmen davon stark betroffen sein. Die Aktien sind nach wie vor noch zu hoch bewertet, auch wenn die Erwartungen der Analysten zum großen Teil schon heruntergenommen wurden. Auf der anderen Seite haben natürlich auch Aktiengesellschaften, die als Profiteure aus dieser Krise hervorgehen und wo man natürlich auch nach vorne denkt und schaut und sagt, naja, wenn wir diesen Lockdown mal hinter uns haben und einfach mal auch die ersten Monate wieder vergangen sind, denkt man, dass einige Unternehmen auch davon deutlich profitieren können. Und das ist eine Gemengenlage, die sich letztendlich in der Unentschlossenheit gerade der Anleger am Aktienmarkt zeigt. Gerade am DAX ist es so, dass man eigentlich immer so auf 10.900 in Richtung der 11.000 läuft, aber dann wieder ein bisschen nach unten geht in Richtung der 10.600. Also es ist eine große Unentschlossenheit, wie man im Markt sieht gerade seit Anfang Mai. Nun ist das ja mit den Lockerungen weltweit ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge. Auf der einen Seite möchte man Wirtschaft und Gesellschaft so viel Lockerungen wie möglich zugestehen. Auf der anderen Seite wächst die Sorge, dass man das zurückdrehen müsste, wenn die Fallzahlen wieder signifikant ansteigen. Wäre eine zweite Corona-Welle auch gleichbedeutend mit einer nun ja eigentlich auch lange erwarteten zweiten Verkaufswelle an den Börsen? Das ist schwer zu sagen und das hören wir so auch von den Marktteilnehmern, mit denen wir reden, nicht. Es wird vielmehr die Neubewertung der Unternehmen sein. Ich meine, großen Teil der Auslegungen ist nun mal in den Zahlen noch nicht drin. Wir laufen ja auch bei vielen erst jetzt in die Quartalszahlen hinein. Da rechnen wir natürlich mit deutlichen Abschlägen, die einige Firmen hinnehmen mussten. Und das Wichtigste wird wahrscheinlich der Ausblick sein, wie sich denn dann die weitere Geschäftsentwicklung ergibt. Natürlich wird jeder weitere eventuell erfolgende Lockdown die ganze Situation noch etwas verschlechtern. Jedoch ist es momentan eher so, dass man darauf sieht, was passiert eigentlich bei den Unternehmen, gerade die, die stark betroffen sein werden. Wie sind die Erwartungen? Wie sind dann die Zahlen? Wie ist der Ausblick? Das heißt, da muss man viel mehr drauf achten, als dass man sagt, ein zweiterer Lockdown wird eine zweite Verkaufswelle starten. Es werden mehr die Zahlen sein, die veröffentlicht werden und der Ausblick. Ein Chart, wenn man sich den anschaut, nämlich der vom VDAX New, der lässt so ein bisschen Hoffnung, Ermutigung aufkommen, denn der ist deutlich runtergekommen von seinen Höchstständen. Ein Hoffnungszeichen. Und wie kann man das jetzt als Investor auch produktseitig am Aktienmarkt vielleicht schon umsetzen? Da muss ich ein bisschen das Haar in der Suppe jetzt herausziehen, weil da sind nämlich viele Haare drin. Ein VDAX New von 34 bedeutet nach wie vor, dass der Markt extrem angespannt ist. Wenn man das mit, wenn man es umrechnet auf die tägliche erwartete Schwankungsbreite, sind das immer noch über zwei Prozent pro Tag. Das sollte man mal ganz deutlich hier rausstellen. Also 34 ist nach wie vor ein sehr, sehr hohes Niveau im VDAX New, wie man hier die Volatilität für die nächsten Tage und Tag und Woche sieht. Natürlich, wir kommen von dem VDAX New von 88, aber das ist natürlich das wahnsinnig übertriebene Szenario. Das ist Angst, das ist Panik. Hier drücken viele einfach auf den Verkaufsknopf. Daher haben wir diesen starken Anstieg im März gehabt. 34 ist natürlich eine gewisse Beruhigung, aber das zeigt nicht, dass wirklich der Markt komplett entspannt ist. Und ich glaube, das alles sei vorbei. Wie gesagt, es sind über zwei Prozent erwartete Schwankungsbreite pro Tag, wenn man das, wenn man 34 auf VDAX New umrechnet. Und das ist nach wie vor doch eher hoch. Vielleicht meinen wir, es ist nicht mehr ganz so schlimm, weil wir stärkere Schwankungen hatten im März. Aber zwei Prozent ist doch noch ein deutliches Zeichen. Was sehen Sie denn im Tagesgeschäft? Mit welchen Zertifikaten, mit welchen Produktlösungen passen sich die Investoren der aktuellen Lage an? Und wir sehen schon, dass die Investoren hauptsächlich auf Hebelprodukte gehen. Kurzfristige Schwankungen werden ausgenutzt. Gerade im DAX, wenn wir so auf die 10.900 und darüber laufen, dass man dann sich viele Short positionieren. Und wenn wir bei den 10.500, 10.600 sind, dass man wieder kurzfristig lang geht. Also keine langfristigen Investments im ersten Moment. Was wir aber gesehen haben seit Mitte April, dass sich dann schon viele Investoren wieder in Werten, die auch als Krisengewinner gelten, durchaus mittelfristig auf die Käuferseite schlagen. Und hier investieren, mittelfristig investieren mit Hebelprodukten, um letztendlich von dem zu Erwartenden oder dem letztendlich von Ihnen erwarteten weiteren Kursanstieg dieser Aktien dann zu profitieren. Dirk Hess, vielen Dank. Sehr gerne. Zwischen 10.600 und 10.900 Punkten pendelt der DAX aktuell. Aber es gibt immer noch Stimmen, die sagen, er könnte deutlich tiefer fallen. Andere sagen, wir sehen wieder die neuen Höchststände. Nichtsdestotrotz, sie haben immer noch hohe Volatilität, wenn auch nicht mehr Rekordhoch. Und die wird gerade in der aktuellen Lage überwiegend mit Hebelprodukten umgesetzt.